Servus, cool, dass du wieder eingeschaltet hast. Was steht heute an? Wir werden heute ein paar Quests durchgehen. Ich werde die Quests mitschneiden und dann auf YouTube für dich als Quest Guide hochladen und du hast einerseits dann ein bisschen einen Leitfaden, wie lange die Quests dauern und andererseits siehst du auch, wie sie funktionieren. Ja, du bist neu in der Fünften. Ich bin Sebastian Sello. Willkommen bei Slytherin. Vielen Dank. Nicht jeder wird vom Ministerium zur Schule gebracht. Das war ein Freund von Professor Fick, der zufällig dabei war. Trotzdem, beeindruckend. Wirklich übel der Arme. Schön, dass es dir und Fick gut geht. Professor Fick und ich haben nur mit Glück überlebt. Scheint so. Und wie seid ihr entkommen? Wenn ich ehrlich bin, geschah alles viel zu schnell. Ich wollte nicht aufdringlich sein. Erhol dich erstmal. Wir können später reden. Welches Buch liest du da? Ein Zauberbuch. Da stehen zwar interessante Dinge drin, aber nicht das, wonach ich eigentlich suche. Bestimmt findest du es bald selbst heraus. Aber in unseren Büchern stehen nicht alle Zauber, die man benötigt. Meinst du, manche Zaubersprüche werden nicht in Hogwarts gelehrt? Welche? Ah, da hab ich wohl eine verwandte Seele getroffen. Aber darüber reden wir ein andermal. War schön, dich zu sehen. So, jetzt mal weiter zu den anderen beiden. Da ziehst du doch nicht hin, oder? Hier, aufgepasst. Ich hab dich gewarnt. Schachmatz. War klar. Hätte auf mich hören sollen. Oh, ich weiß, wer du bist. Du bist der neue Slytherin, der gestern mit Professor Fig reingestürmt ist. Interessante Taktik für den ersten Tag. Die ganze Aufmerksamkeit von den Erstklässlern abzulenken. Ich bin übrigens Imelda. Schade, dass ich nicht bei Fig und dir war. Ich hätte den Drachen weglocken können. Auf dem Besen bin ich legendär. Vielleicht hätte Professor Figs Freund mit deiner Hilfe überlebt. Ganz genau. Vielleicht zeige ich dir mal das eine oder andere übers Fliegen. Von mir kannst du mehr lernen als von Kogawa. Apropos, ich würde vor dem Unterricht gern noch etwas mit meinem Besen fliegen. Bist du ein Fan von Zauberschach? Du wusstest, dass der Junge verlieren würde. Nicht wirklich. Das ist mir viel zu gemächlich. Außerdem ist es einfach nicht so anspruchsvoll. Die Züge sind immer so offensichtlich. Warum sieht das sonst niemand? Hast du während der Schule viel Zeit zum Fliegen? Ich nehme sie mir. Es gibt nichts Besseres, als durch die Türme des Schlosses und über das Quidditch-Feld zu fliegen, um den Kopf frei zu bekommen. Wiedersehen, Imelda. Hat mich gefreut. Ich glaube, ich habe etwas gehört. Hm. Nixen interessieren sich wohl kaum für uns. Ah, dem Gemurmel nach, als du in den Gemeinschaftsraum kamst, bist du wohl der neue Fünftklässler. Ich bin Ominous. Ominous Gaunt. Hat mich gefreut, Ominous. Deine Ankunft war gewiss denkwürdig. Ich wäre lieber pünktlich und ohne einen Drachenangriff angekommen. Das glaube ich. Furchtbar. Ich kann es mir vorstellen. Also schön, dich in Slytherin zu haben. Lass mich wissen, ob ich dir in den ersten Tagen hier behilflich sein kann. Hast du erwartet, dass du nach Slytherin kommst? Auf jeden Fall. Meine Familie, väterlicherseits, stammt direkt von Salazar Slytherin ab. Einem der vier Gründer von Hogwarts. Darauf bin ich wohlgemerkt nicht sonderlich stolz. Er war besessen von seinem Blutstatus. Ein Reinblut-Fanatiker. Leider sind die meisten seiner Nachkommen von einem ähnlichen Schlag. Meint dir dieser Schüler eben, dass er eine Nixe gehört hat? Ja, aber ich habe noch nie von einer Nixe vor dem Gemeinschaftsraumfenster gehört. Es macht aber Spaß mitzuspielen. Einige Erstklister halten bekanntlich stundenlang Ausschau. Danke, Ominous. Hat mich sehr gefreut. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Bis dann. Ist der Slytherin-Neuzugang aus der fünften Klasse hier? Professor Weasley wartet bei der Treppe auf dich. Revenio. Guten Morgen. Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der fünften Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. Äh, ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Bitte sehr. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von Fünftklässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Hier, da. Damals als Schülerin hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Das Handbuch wird auch Ihre Aufmerksamkeit für die Umgebung schulen. Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Kommen Sie. Kommen Sie. Kommen Sie auf diese Statur. Ich weiß nie, was das ist. Ich weiß. Die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Im Schloss und auch außerhalb. Ha! Das kommt gerade recht. Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flofflammen zu erklären. So reist es sich etwas schneller. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Und da wären wir. Eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Von der Haupthalle aus gelangen Sie schnell an fast jeden Ort im Schloss. Hier ist immer etwas los. Das Herz des Bienenstocks. Unser Kings Cross sozusagen. Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Was werde ich in Zauberkunst lernen? Das, wonach es klingt. Zaubersprüche, Zauberkunst, Flüche. Alles sehr nützlich. Professor Ronan werden Sie bestimmt mögen. Er ist ein schlauer und erhaltsamer Zauberer und ein guter Lehrer. Könnten Sie mir mehr über Verteidigung gegen die dunklen Künste erzählen? Verteidigung gegen die dunklen Künste befasst sich, wie der Name sagt, mit der Verteidigung gegen das Böse, das jenseits dieser Mauern lauert. Um Auror zu werden, ist es erforderlich, die Verteidigung gegen die dunklen Künste zu beherrschen. Zum Glück haben wir, was das betrifft, mit Professor Hackett eine talentierte Lehrerin für unsere Schüler. Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften und Kneipen. In Hogsmeade werden Sie mit Sicherheit alle Schulsachen finden, die Sie benötigen. Und bestimmt werden Sie dort auch viel Butterbier mit Ihren Freunden genießen. Danke, Professor Weasley. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. So versiert, wie Sie Reveglio eingesetzt haben, dürfte Professor Finge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Das hat er, Professor. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Wir haben auf dem Weg hierher einen kleinen Umweg gemacht. Ein paar Ruinen erkundet und... mehr sollte ich nicht sagen. Ruinen erkundet? Tja, Professor Finge hat vermutlich seine Gründe, die Details für sich zu behalten. Wenn man vom Teufel spricht... Professor Finge, Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja. Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Hm. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Danke. Viel Glück heute. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ebenso für mich übrigens. Denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Ja, Professor. Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und dann sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Habe ich Sie und Professor Weasley etwa von Ruinen sprechen hören? Ja, Sir. Aber mehr habe ich ihr nicht über unsere Reise erzählt. Ich befürchte allerdings, Sie ahnt, dass wir etwas verbergen. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass Sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität Ihres Zeitplans, als Ihr Lieb ist. Und Sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut. Nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexe und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand. Und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich, mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht. Denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre Z.A.G.s.